Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Ausdruck so weit wie möglich vereinfachen kann. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir ja hier einen Bruch minus einen anderen Bruch. Beim Vereinfachen geht es jetzt darum, dass wir diese beiden Brüche zu einem Bruch zusammenfassen. Das können wir aber erst machen, wenn die beiden Nenner identisch sind. Dann erst können wir zwei Brüche voneinander abziehen. Wie sieht es denn aus hier mit unseren Nennern? Sieben haben wir hier, hier haben wir eine Eins, hier haben wir Eins durch X und Sieben X. Also irgendwie sehen die schon ähnlich aus, aber noch nicht gleich. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, einen Hauptnenner zu finden. Und was ihr immer machen könnt, um einen Hauptnenner zu finden, ist, dass ihr diesen Nenner einfach mit diesem Nenner multipliziert. So findet ihr immer einen Hauptnenner. Das ist nicht immer der schnellste Weg dann danach, weil die Dinge dann oft sehr groß werden, aber es ist eine Möglichkeit. Die wollen wir hier aber gar nicht nehmen, weil wir ja schon gemerkt haben, irgendeinen Zusammenhang gibt es zwischen diesen beiden Nennern. Und diesen Zusammenhang wollen wir jetzt mal suchen. Dann werden die Sachen nämlich oft etwas einfacher. Die Zähler schreibe ich mal ab. Aber wie sieht es aus mit den Nennern? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesem Nennern und dem hier? Zum Beispiel mit der Sieben. Starten wir mal hier. Die kommt ja hier vor. Und die Sieben kommt auch hier vor. Aber hier hängt noch das X mit dran. Das heißt, wir fragen uns, wie komme ich von der Sieben auf Sieben X? Naja, indem ich einfach mit X multiplizieren würde. Und dann gucken wir uns den zweiten Teil an. Hier ist 1 durch X und hier ist eine 1. Die sind auch ähnlich. Und tatsächlich ist es hier genauso, wenn ich diesen Teil hier vorne mit X multiplizieren würde. Dann würde sich das X mit dem X hier wegheben und nur die 1 würde übrig bleiben, die hier auch steht. Das ist ja sehr gut. Das bedeutet, dass ich den Nenner hier vorne einfach insgesamt einmal mit X multiplizieren muss. Und dann habe ich schon den anderen Nenner raus. Dann sind beide Nenner identisch. Das bedeutet für uns, wir nehmen mal den Nenner, so wie er hier vorne war, einmal her. Und machen das, was wir gerade herausgefunden haben. Machen hier schöne Klammer drumherum und multiplizieren den mit X. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Ich darf nicht einfach die Aufgabe verändern, also ich habe gerade einfach ein X hinzugefügt. Aber was ich im Nenner mache, wenn ich das dann auch im Zähler mache, dann ist es ja okay. Weil dann habe ich diesen Bruch einfach erweitert. Und dann haben wir hier einen schönen Nenner. Hier hinten bei dem zweiten Nenner ist ja eigentlich alles schon gut soweit. Aber ich würde die beiden einfach rumdrehen, weil wir hier auch mit der 7 starten. Also den Teil mit 7X schreibe ich hier mal zuerst hin. Und dann die Plus 1 hinten dran. Und dann geht es jetzt nur noch ans Ausrechnen. 1 mal X sind X. Und hier lösen wir mal die Klammer auf. 7 mal X sind unsere gewünschten 7X plus. Und der Teil mal unser X. Da haben wir ja gesagt, hebt sich das X hier schön weg. Und nur die 1 bleibt übrig. Beim zweiten Bruch, da hinten, ändern wir gar nichts. Der hat uns ja soweit schon sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt mal nochmal auf die nächste Seite geschrieben. Und jetzt ist es soweit, dass unsere Nenner schon identisch sind. Wir haben einen schönen kleinen Hauptnenner finden können, ohne viel verändern zu müssen. Und jetzt können wir die beiden Brüche einfach voneinander abziehen. Indem wir den Hauptnenner übernehmen und die Zähler X minus 4X werden einfach voneinander abgezogen. Und dann rechnen wir das nur noch aus. 1 X minus 4 von den Xen. Da landen wir bei minus 3 von den Xen. Und der Nenner war ja gut soweit. Den schreiben wir einfach ab. Jetzt am Schluss schaut man auch einmal, ob man noch was kürzen könnte. Von den Zahlen geht dann nichts. Auch das X dürft ihr nicht einfach mit dem X hier nicht, 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 nicht wegstreichen, weil hier noch ein Plus dazwischen ist. Also hier darf man jetzt so einfach nichts rauskürzen. Das hier ist einfach unser vollständig vereinfachter Bruch. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Liked das Video gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!